Eberl zusätzlich Musiala-Verlängerung, gab nicht schon ein Treffen. Die Bayern bemühen sich weiterhin darum, den Abkommen von Leistungsträger Jamal Musiala-Zeitner zu verlängern. Auf der Pressekonferenz an dem Samstag gab Max Eberl andere Einblicke in den Schicht der Verhandlungen bei Spieler und Verein. Der 51-Jährige erklärte dabei, er sei optimistisch, dass Musiala den Münchnern beibehalten ruhen wird. Zahlreichen Medienberichten zufolge funktionieren jene Bayern aktuell tiefgehend an einer Vertragsverlängerung mit Jamal Musiala. Demnach hat man der Spielerseite bereits einen konkreten Design vorgestellt, denn man den 21-Jährigen in der bayerischen Landeshauptstadt feststecken möchte. Das aktuelle Arbeitspapier des Offensivstars läuft noch so lange bis 2026 und Max Eberl gab dabei ein Update zu den Vertragsgesprächen. Auf der Spieltagspressekonferenz vor dem Frankfurt-Wette sagte der FCB-Sportvorstand, es gab nicht schon ein Treffen, man spricht immer wieder. Es entsteht an diesem Punkt aufrecht etwas und dasjenige merkt Jamal wenn schon. Ich habe eine große Zuversicht. Er ist ein außergewöhnlicher Spieler. Darüber hinaus dem Josh und dem einen oder anderen weiteren soll er ein Flunsch von Bayern werden. Sehe keinen Grund, warum Musiala Bayern trostlos sollte Eberl führte weiter aus, das haben wir dem Spieler gesagt. Und jetzt schaut man, denn man zusammenkommt. Ich bin Optimist und sehe keinen Grund, warum er Bayern trostlos sollte. Medienberichten zufolge erhebt Musiala aktuell nicht den Anspruch, der Topverdiener in dem Kader des deutschen Rekordmeisters zu werden. Angeblich wollen jene Münchner den Deal mit Musiala noch in dem Dezember finalisieren, weil im weiteren Verlauf wenn schon einen besseren Schicht in den Verhandlungen mit Florian Wirtz zu haben. Den Leverkusener Leistungsträger will man aller Voraussicht nach in dem kommenden Jahr an jene Isar holen. Unter Vincent Kompany hat der deutsche Nationalspieler schnell eine Schlüsselrolle eingenommen. Er verzeichnet in der laufenden Spielzeit in acht Partien sechs Torbeteiligungen, drei Tore, drei Assists. Der Börsenwert des Shootingstars wird aktuell auf 130 Millionen Euro taxiert.